Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Mythos Alice. Im letzten Part sind wir bereits sehr weit gekommen, sind hier in 3.10 gelandet. Und ja, übrigens im letzten Part war meine Autokalität ein bisschen bescheiden. Da wollte ich mich nochmal entschuldigen für. Ich hoffe, dass sie nun besser ist, denn ja... Sie liegt mir schon ziemlich... Ähm, ja. Was haben wir schon gesehen? So, und wir speichern hier mal. Das haben wir ja im letzten Part schon gesehen. Ja, irgendwie hat da mein Mikro total gesponnen und deswegen wollte das dann nicht so... Naja, wir bleiben jetzt auf jeden Fall auf dem Blatt. Denn im Wasser sind böse Fische, die uns aufessen wollen. Die uns ganz doll mögen, habe ich das Gefühl. Das sieht man vielleicht auch, ja. Oh, da schießt irgendjemand auf uns. Wo ist das Blatt hin? Oh nein, das treibt ja weiter. Das ist ja uncool. Oh, das treibt wohl ohne uns dann einfach weiter. Das ist ja uncool. Und wir wurden von irgendwas bombardiert. Ach, von da oben. Da. Ach, verdammt. Äh. Hallo? F1. Oh Mann, das läuft ja total bescheiden gerade. So. Wir halten das schon mal bereit. Und warten darauf, dass diese Mistviecher scheinen. Ach ja. Wo sind sie denn? Da. Und das Zweite gleich hinterher. So. Und wir sch... Verdammt. Ach, verdammt! Schnell. Oh Mann, F1. Das ist total hektisch gerade. Aber es scheint wohl immer mal wieder Blätter zu kommen. Hals! Da müssen wir aufs nächste warten. Na toll. Ich trau dem Wasser nämlich nicht. Ach, Mann. Ach, Seele, du bist schon wieder failig ohne Ende. Komm, denn noch eins. Sind das eigentlich wir, die Statue da? Seht ihr das? Sieht aus wie wir. Blatt Nummer 2, wo bleibst du? Scheint keins mehr zu kommen. Gut. Jetzt sind wir auf jeden Fall draus. Was sind das mal dauernd für... Das war übrigens das Geräusch, das ich gehört hab. Uäh. War das denn jetzt beide tot? Ja, scheint so. Nein, noch nicht. Aber ich hab jetzt keine Zeit mehr, mich darauf zu konzentrieren. Ich spreche mal. Schnell. Sonst schaff ich diese Stelle nicht mehr so schnell. Ach, das war ja unser Kumpel. Oh. Schnell hoch. Schnell hoch. Sehr schön. Und Nummer 2. Und wo bleibt das Messer da? Und Nummer... Ja. So. Den haben wir jetzt auch. Wunderbar. Ach, nö, nicht schon wieder. Hallo hoch mit dir jetzt. Oh. Halt. Verdammt, jetzt hab ich das gespeichert auch noch. Ich komm da nicht mehr vorbei. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh. Schnell. Sitz da hinten irgendwas? Wahrscheinlich so. Ach, die Leben sind knapp. Schön. Ich hab vier. Ich will nicht wieder im Wasser landen. So, wo ist jetzt der zweite Kollege? Da oben. Oh, runter. Ich hab zwei gedrückt. Oh, da hab ihr Mistviecher. Verdammt. Es ruckelt jedes Mal, verdammt, nochmal, wenn die kommen. Ich schade jetzt jedes Mal neu, wenn ich im Wasser lande. Das ist mir so ziemlich egal. Wo ist denn dieses bescheidene Mistviech? Scheint abgehauen zu sein. Hat wohl Angst vor uns gekommen. Wir sind zurück. Komm. Und jetzt. Und jetzt noch hier. Komm. So, ein bisschen hier mal lang. Da oben war's wieder. Verdammt. F1. F1. Ist mir so ziemlich egal, wie lang ich. F1. Oh, Mann. Ob ich das heute noch hinkrieg, ist die andere Frage, ne? Ach, verdammt, jetzt soll ich das falsche. F1. Wenn ich auf dem Blatt bin, speichere ich ein bisschen nochmal. So, geht ein bisschen rum. Und da. Und da das nächste schon. Nein, noch nicht. Die blöden Fische, ey. F1. Ach ja. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen schweigsam bin. Ich bin gerade einfach ziemlich am Konzentrieren hier. Das ist schwer ohne Ende. Und ich lande dauernd im Wasser, wenn ich rede. Da ist es total nervig. So. So, dann habe ich F1. Oh, verdammte Scheiße, ey. Das nervt echt richtig tierisch. Das kann ich euch sagen. Und wieder F1. Weil dann kommen die blöden Fische und fressen einen wieder auf. So, und jetzt F4. Jetzt sind wir nämlich auf dem Blatt. Dann hat man den Weg schon mal gespart. Vier, verdammt. Jetzt sind wir da wieder. Hau ab. Hau ab, blöder Fisch. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir jetzt. Mann. Verdammte Scheiße, ey. Der hängt fest, wie es scheint. Da wäre das nächste Blatt an uns herbeigesegelt. Mal schauen, ob nochmal halt. Okay. Jetzt bin ich wieder im Wasser. So. Ich mache gleich mal F4. Dann hätten wir das nämlich auch schon hinter uns. Wo ist das Wüstviech? Ich höre die doch. Da. Da. Gut. Was habe ich jetzt gemacht? Da ist noch einer. Jetzt ruckelt es wieder so heftig. Das ist gerade schlimm. Wo ist er denn da oben? Dann kommt das nächste Blatt. Oder habe ich das schon wieder verpasst? Oh Mann, jetzt hör auf so zu ruckeln. Das ist echt nicht mehr schön. So, jetzt darf gerne mal das nächste Blatt mal kommen. Außer ich habe es schon verpasst. Was ich irgendwie... Na, da kommt es. Und? Yay. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es verpennt. Ja, kommt her, ihr Mistviecher. Ja, komm her. Tja, tot bist du, ne? Tot bist du am besten. Hoch mit dir, hoch. Ich habe gesagt, hoch mit dir. Komm, Alice. Hoch mit... Hoch mit dir. Jetzt kommen die Fische wieder. Hoch mit dir. Jetzt muss ich gleich... Oh, ey. Schlimm. F4. Speichern. Gott. Alice stellt sich an hier. Da kommt ein Blatt. Ach komm, willst du mich verarschen? Ich habe wohl gerade die Meta-Essence aufgenommen. Ich habe in einem Part mal fälschlicherweise Mana-Essence gesagt. Ach, komm ey, das war doch jetzt ganz knapp. Oh, schlimm, ey. Komm, gleich das nächste Blatt. Ja, jetzt haben wir es geschafft. F4. Vielleicht mal speichern. Ach. Alles kommt in diesem Let's Play hier nicht weiter. Puh. Da... ...heilen wir uns gleich mal wieder. Ach, schnell hoch. Komm. Ich sehe hier gar nichts mehr. Oh man, Alice. Was machst du nur? Oh, da kommt gleich das nächste. Hooray. Oh, wieder daneben. Vielleicht sollte ich hier aufs nächste Wagen mit F4. F1. Komm. Und jetzt läufst du aber nicht bitte runter, sonst gibt es nämlich Ärger mit mir. Und nochmal jetzt hier. Sonst... Wie gesagt, sonst kommen wir da nicht weiter. Ich bin bereit. Wow, was war das? Feindliche Rosen. Geht weg, ihr scheiß Mistviecher! Was sind die Viecher? Huch. Okay. Ich check grad irgendwie nicht, was jetzt abgeht, aber... Das scheint gut zu sein, deswegen speichere ich mal. Und wir haben volle Energie. F4. F4. Wir scheinen relativ weit jetzt zu kommen. Das ist gut. Ah. Mal schauen, wie weit... Da oben ist der Kerl. Müssen wir da irgendwo abspringen? Nein! Wo bin ich? Okay, es war gut, dass wir abgesprungen sind, aber ich glaube ich... Hier hört man über Frösche. Das ist... Ich hoffe, da kommt noch ein Blatt, sonst sind wir jetzt erledigt. Aber ich glaube schon. Wir müssen nur lange genug warten. Oder die Fische hier alle, die kennen. So lange machen wir Zielübungen. Huch. Der Pilz hat ein Loch. Geht das nochmal? Oh ja. Der arme Pilz. Der hat ja ein Loch. Und jetzt ist es weg. Huch. Okay. Das ist interessant. Irgendwie scheint kein neues Blatt zu kommen. Dann wagen wir mal den Spruch. Ich weiß, es sind überall Fische, aber vielleicht kommt ja dann ein neues Blatt. Wisst ihr, wie ich es meine? Mal schauen. Ja. Da kommen neue Blätter. Muss nur lang genug warten. F4. Damit wir unbedingt weiterkommen. So. Was war das jetzt? Tschüss. Okay, es war gut. Versteck. Ich dachte schon, sind wir jetzt gestorben? Ups. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Aber es scheint gut zu sein. Puh. Wir scheinen ja ganz gut voran zu kommen. Auch wenn es mal zwischendurch arg ruckelt. Was mich immer wieder mal nervt. Naja. Was soll's. Versteck. Tal der Tränen. Es scheint wohl die Traurigkeit von Alice irgendwie zu versinnbildlichen. Dieses Tal der Tränen. Es sind wahrscheinlich alles so Orte von ihren versteckten Gefühlen, die sie nie rauslaufen will. Ach, ich philosophiere schon wiederum. Aber es ist halt auch ein ziemlich tiefgründiges Spiel, ne? Ähm. Wir speichern hier mal auf F4. Wieder. Und zweimal Metaessenz. Nun, wir können einmal nehmen. Okay, das merken wir uns mal. Falls. Da vorne wieder ein paar. Da, nimm. Nein. Hier ist tot. Hier ist auch. Haha. Okay. Sehr schön. Wir nehmen uns gleich die Metaessenz. Puh. So. Hier ist die Musik anders als in dem anderen Abschnitt. Und da ist noch mehr Wasser. Und da ist wohl noch ein See. Und wir müssen schon wieder springen. So. Die ist tot. Und Messer, wo bleibst du? Da. Die jetzt auch. Sehr schön. Kommen wir da irgendwie rüber? Die können wir uns nicht nehmen. Okay. Oh, weg da mal. Kommen wir da irgendwo hinten hin? Nein, scheint nicht so gut. Okay. Ähm. Ja. Dann mache ich aber hier jetzt den Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.